Hallo und willkommen in meinem YouTube-Kanal wieder. Sorry, das habe ich dann lange nicht so ein Video gedreht, weil ich war im Honeymoon und ja, dadurch vergesst man viel. Aber ich komme dann heute mit einer Upside, der heißt Stick oder Sticker, wie man auf dem Englisch oder Deutsch spricht und dann dadurch kann man wirklich so gut verdienen, wie kann man so auch dadurch spielen. Der heißt, so wie gesagt Steak, da kann man einfach mal, der hier ist, der OST Dollar oder LTC oder Ethereum oder Bitcoin einfach mal da hier reinfügt und ich erkläre euch nicht, wie kann man dann registrieren, sondern einfach mal schnell, wie kann man spielen. Zum Beispiel, die Frau guckt mir jetzt an und dann sagt, ja, ich will auch dadurch spielen. Gut, ich komme durch die Casino und dann guckt mal hier viel, kann man so witten und kann man so ausspielen. Aber ich erkläre euch dann nur kurz, wie kann man mehrere Spiele spielen. Zum Beispiel, mein Lieblingsspiel ist der Blanco. Haben wir bestimmt viele von uns da gesehen. So, die Ball kommt einfach von oben und dann dadurch so gucken wir, wie kann man hier die Zahlen so doppelter machen. Ich spiele auf dem Hoch und dann auf dem 16. und dann hier sagt man, was der Ball kostet. Zum Beispiel in meinem Spiele jetzt sage ich mal 1 Cent. Ich habe nur 1 Dollar erst mal hier zu euch zu zeigen und dann jeder Klick kostet 1 Cent. Und dann sagen wir los. Und dann die Ball kommt hin und hier, hin und hier, hin und hier. Und dann, wo es runterkommt, dann ist die Zahl gedoppelt. Zum Beispiel, wenn es dann 0,2, das heißt, bekommst du nur 0,2 von 1 Cent. Okay. Vorher habt ihr gesehen, da kommt so neun doppelte, zweifach, dreifach, vierfach, 26-fach, 130-fach und 1000-fach. Okay. So läuft ab. Und dann kannst du einfach nur hier drauf und schaust du, wie viel verdienst du, wenn du dann da drauf. Zum Beispiel, ich mache dann 10 Cent. Okay. Hier sieht man. Und dann klick ich. Vierfach. Und dann der Rest ist einfach 0,2 von denen. Das heißt von 10 Cent ist es 2. Okay. Und dann los können wir dann weiter probieren. So. Dann ist viel einfach. Okay. Brauchst du nicht so Erfahrung oder so. Willst du einfach nur dein Glück Ende spielen und dann spielst du. Aber musst du wissen, Glücksspieler macht süß dich. Okay. Das ist 26-fach. Okay. Einfach mal nur spielen, spielen, spielen. Und hier. Guck mal. Kann man immer so 0,2 oder kann man mehr. Das kommt drauf an, wie ist dein Glück hier. Okay. Aber ich sag euch was. Es ist immer nach dem, was du von hier 4 bekommst. Da kommt immer ab und zu auf dem 0,2. Weil es sind hier mittlere Punkte. Deswegen mach dir einfach nicht so viel. Mach dir einfach, was du so lösen kannst. Oder so, ja, dass du nicht, ja, für dein Essen und so gespart einfach mal nur zum Spielen. Und vielleicht dadurch verdienst du wirklich mehr. Ich lasse den Link in der Beschreibung. Einfach. Cool. Ich lasse den Link in der Beschreibung. Ganz einfach mal durch. Guck mal. Kann man auch viele Spiele hier spielen. Zum Beispiel, da gibt es so die Crash. Hier die Punkt von denen. Machst du zum Beispiel 0,10. Und sagst du, wenn der, ja, überleg mal, das ist dein Flugzeug. Wenn die fliegt bis zum 2, dann hast du 2-fach. Und so läuft es ab. Okay. Zum Beispiel, guck mal. 0,8. Blablabla. Wie du die Zahl hier hast, dann wie du die Doppelte hast. Okay. Einfach mal so überlegen. So ist der Spiele. Okay. Vielen Dank für das kurze Video. Ich lasse den Link in der Beschreibung. Und sag mir, wie viel in den Kommentaren. Wie viel hast du dann verdient. Okay. Vielen Dank. Ciao.